Wo sind die anderen eigentlich alle? Arbeitet hier gerade nur einer? Ach die müssen die Steine von so weit weg holen, na gut. Das soll da nicht so das Problem sein eigentlich. Komm her, dann hilfst du da mal. Patrick, helfen. Oxytron, helfen. Carina, helfen. Noch jemanden, der helfen muss? Ne, sind alle eingespannt. Carina will natürlich nicht. Carina hat wieder irgendwas hier geladen und weiß nicht was er machen soll. Vielleicht kann man das hier einfach wegkippen. Carina, altes Haus. Deine wahre fallen lassen kannst du wohl nicht, ne? Ja, komm, ist egal. Jetzt stehen die wieder rum und machen nichts. Ah, jetzt rennen sie weiter. Guck, oh man. Stehen sich gegenseitig in den Weg rum. Naja, gut. Jetzt machen sie ja so ein bisschen was. Wie kann man denn diese Stonepikes hier abreißen? Geht das irgendwie? Autoconvert. Stockpike converts Rock into Stoneblocks. Ja. Burgers bring stones to this container. Was auch sonst. Das kann man auch ausschalten. Ach so, verstehe. So. Kann ich die Stockpikes hier wieder abreißen? Geht das? Reißt du die jetzt ab? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab keine Ahnung. Du da. Patrick. Ah, irgendwas macht der jetzt da. Ja, aber es passiert genau nichts. Oder? Die waren einfach. Die hauen einfach ein bisschen rum und dann ist alles gut. Tja. Wie kriegen wir das weg? Jetzt musst du irgendwie gehen. Gibt es nicht sowas wie Abriss hier? Kannst du das hier nicht fällen? Wie wär's? Ähm. Oh, da ist dieser... Den kriegt man halt nicht mehr aus dem Loch raus, ne? Der steht jetzt einfach da rum. Dieser blöde Sack und macht gar nichts. Wer ist denn das überhaupt? Flag Media, bitte verantwortet dich mal. Warum kannst du da nicht mehr rausgehen? Dass ich hier nicht einfach umbringen kann oder sowas. Hallo? Du bist so blöd, ey. Komm doch da raus. Okay. Ich brauch was anderes. Ich brauch jemanden, der hier noch ein bisschen tiefer gräbt, glaub ich. Ja. So, wen können wir dafür benutzen? Hallo? Ist jemand grad hier? Ist grad jemand hier? Ah ja. Carina könnte das machen. Ach guck mal, jetzt läuft sie doch noch los. Sie tut was für ihr Geld. Ah, guck's dir an. Endlich hat's das weggeschmissen. Carina hat eine neue Berufung gewonnen. Buddeln. Vielleicht kann sie die Oxytron befreien, den Effekt Media befreien. Aber nicht tiefer buddeln, ne? Das ist schon genug, sowas du jetzt machst. Ja, jetzt bist du gleich auch in diesem Loch. So, das reicht doch schon, Carina, oder? Aufhören. So. Beenden. Fake Media, kommst du jetzt da raus? Komm jetzt da raus! Alter! Lass mal diesen scheiß Stein fallen. Ich hab mich umgebracht. Der kann nix mehr. Was ist denn da los? Oh, Fake Media. Guck mal hier, du hast genug Weg jetzt, um rauszukommen. Komm jetzt raus! Sag mal, sag mal, was mit dem jetzt grad geht. Warum bewegt sich kein Stück mehr? Warte mal, kann ich dich nicht irgendwie zum Kristall rufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann mit diesem Kristall gar nix machen, das ist gut. Ach ja, was soll's, was soll's. So, aber auf jeden Fall nimmt meine Burg so langsam Gestalt an. Wenn ich ihn jetzt hier mal so bin, dass ich hier auch noch die Mauer zu machen kann, dann können die rundherum auch noch was bauen. Die müssen halt weit rennen gerade im Moment. Und eigentlich brauche ich jeden Mann, der mitarbeitet, aber... Carina, arbeite mal mit, bitte. Aber dieser Fake Media, der ist natürlich ein bisschen doof, der steht ein bisschen Weg rum. Oh, hol dir jetzt grad das Holz, das ist steinig hier. Von hier ganz hinten, ach so. Da haben sie ja was zu tun, ne? Kein Wunder, dass sie so lange brauchen. Und ich muss hier unbedingt alles begradigen, wie das hier drin aussieht. Guckt euch das mal an, das ist eine reinste Ruine. Ich weiß nicht, wie man diese Dinger wieder abreißen kann, das wäre ja mal eine interessante Sache. Ist dir das zufällig? Ich versuche mal die Fässer hier loszuwerden. Indem ich einfach sage, das hier, Fass. Da oben steht jetzt zum Beispiel noch eins drauf. Also das sollen die doch da hinbauen, das geht natürlich nicht. Und schon das alleine geht nicht. Doch, das kann man wegmachen. Okay, wie kriegt man jetzt die normalen Fässer weg? Das kann ich zwar anklicken, aber da passiert nichts, ne? Die müssen ja irgendwie wegzumachen sein. Ich meine, da kommt jetzt vielleicht irgendeiner hin und haut da drauf auf und dann passiert nichts. Doch! Guck mal, hat die... Ich glaube... Ah, die machen jetzt genau einen Boden eintiefer. Ja, das nützt mir aber nichts, um die Fässer wegzukriegen. Die fallen mich dann einfach nur rum. Interessant, jetzt habe ich auf jeden Fall den Boden eintiefer gemacht da, oder? Das heißt, so kann ich das angleichen. Okay. Das ist schön zu wissen. Aber ich hätte ja gerne die Fässer weggemacht. Die jetzt irgendwo hier rumfliegen. Schön. Ähm, okay. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Auf jeden Fall gut zu wissen. Drop Load into... Mach mal. Irgendwohin. Du hast doch eh keinen Load, oder? Gut. Jay, alles klar. Ähm, Jay? Du kannst es weitermachen. So. Oh, dass der da rumsteht, das ist so eine Nervbolzen-Kerl, ey. Kerl, Kerl, Kerl. So, was muss ich denn hier noch machen? Aha, ich sehe es. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Stein. Zum Beispiel hier hin. Dann einen Einzelstein noch hier hin und hier hin. Haben wir noch irgendwo eine Ecke? Da hin. Da hin. Und hier noch einen Doppelten. Okay, das können wir erstmal machen. Und die haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja, einiges zu tun. Einiges. So, machen wir mal das... Dann machen wir das hier wenigstens komplett gerade. Ja, leider müssen wir es hier ja offen lassen. Das geht ja nicht anders. Ach, komm. Dass man hier das nicht treffen kann, ne? Denn da kommt ja irgendwo gleich, ähm, die Treppe rauf. Ich denke, das müsste so noch reichen. So, müsste ich das eigentlich hinkriegen. Sieht ein bisschen komisch aus eigentlich. Aber gut, so war das dann früher mal, ne? Eigentlich wird das schon... wird es ganz großartig, meine Burg, ne? Es wird zu langsam. Aber innen drin, das nervt mich ja total, dass ich diese Dinger nicht wegkriege. Das ist echt nervig. Aber es muss ja irgendwie gehen. Nein. So, wir machen erstmal... Cancel hier. Nein, wir machen erstmal nichts mehr. Wir machen erstmal das hier, machen wir weg. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Dieses Holzdinge brauchen wir auch gerade nicht. Das hier brauchen wir auch nicht. Was ist denn das für ein Symbol? Ach wohl, das brauchen wir doch. Das ist ja quasi unser... Wir bauen überall Sachen hier. Ah, aber wie kann ich denn... Information... Info. Was steht denn da? This ground has 7 Objekte sheltering to be built. Schön. Die da wahrscheinlich. Kann ich hier wieder abwählen? So, und wie viel hat es jetzt noch zum Bild? Nein. 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 Ich will bitte... Ich will bitte Info haben. Ach komm, einfach drüber. Immer noch. Okay. Ähm, ja. Ich mach die einfach weg. Ja, wie können wir jetzt unsere Burg bereinigen? Das... Die ganzen Fässer müssen zum Beispiel raus. Die Stockpipes müssen... Die Stockpipes müssen raus. Hier die Treppe muss weg. Alle so möglichen Gedöns müssen wir hier noch machen. Aber ich weiß nicht, wie ich diese... Dinge einfach weg machen kann. Stockpipes, ja. Autoconvert. Blockers bring boot to this container. Ja, aber ich brauch die ja nicht mehr. Ich will die weg haben. Wie kann man die denn weg machen, bitteschön? Kann ich einfach sagen... Hier, grab mal ein bisschen. Gucken, was passiert, oder? Du da. Tim. Du gräbst jetzt mal. Guck mal. Ich will mal wissen, was da passiert. Wo ist der Tim? Da läuft er. Da läuft er. Guck mal, wie er läuft. Oh, da kommt eine Treppe rauf und ausweichen. Jawoll. Und jetzt, jetzt fängt er an zu graben. Wo ist der Tim? Ich bin jetzt verloren gegangen. Da ist er. Das ist der Tim, ja, das ist der Tim. Ich versuche, dieses Stockpipes damit abzureißen, dass Tim die jetzt untergräbt. Jetzt will ich einfach über den Boden rein. Ja! Er hat einen kaputt gekriegt. Fantastisch. Aber ich will dann... Ich muss die jetzt echt alle untergraben, damit die weggehen. Ich schmeiß das oben rein, dann fällt ihm das gleich auf den Kopf. Grab nicht zu tief, Tim. Jawoll, wieder einer weg. Oh, herrlich. Es funktioniert. Ja, genau. Pack sie oben rein. Und reiß es dann direkt wieder ab. Das finde ich gut. Tim leistet ganze Arbeit. Guckt ihn euch an. Ist so herrlich, der Kerl. Wenn ich nur solche Arbeiter hätte. Ich meine besser als Flagmedia, der immer noch hier irgendwie kaputt ist. Wenn ich das alles darauf begradige, kann ich auch hinter irgendwo hier diese... Überall so einen Boden reinsetzen, damit alles gleich aussieht. Das wäre natürlich geil. Und dann versuche ich alles zu begradigen. Ja, machen wir ruhig weiter. Du machst das schon, Tim. Ich bin begeistert. Wie gut du das gerade machst. Oh, das ist herrlich. Das wollen wir jetzt die Dinger gehen natürlich weg. Aber die Fässer liegen natürlich irgendwie dumm rum. Die müssen alle irgendwie mal rausgebracht werden oder sowas. Die Frage ist nur, wohin. Das können wir aber hinterher mal bewerkstelligen. Obwohl, das kann mal irgendjemand anders versuchen. Hallo. Habe ich gerade jemanden hier? Habe ich gerade welche gehört? Die oben baut ja auch schon wieder gut. Wenn du deine Ladung abgegeben hast, du gibst die jetzt eh weiter, oder? Ne? Okay. Dann nehmen wir dich. Jay. Okay. Du bist unser Mann. Du nimmst jetzt hier so ein Fass. Komm runter jetzt. Komm Jay. Nimm so ein Fass. Nimm das Fass. Nimm das Fass. Hast du jetzt das Fass oder nicht? Oh, es fliegt ja nur irgendwo rum. Geh mal, bring das mal hier runter. Hier so an den Rand. Dieses Fass. Voll verbuggt fliegt es irgendwo rum. Okay Jay. YouTube macht. Und jetzt würde ich sagen, dropp das Fass. Schmeiß es einfach weg. Tschüss. So, jetzt holst du das nächste. Komm. Jay setzt das Aufräumkommando hier. Jay räumt auf. Nimm das Fass. Bring es hier runter. Oder kann ich das einfach hier oben hin droppen? Fällt das dann auch irgendwo hin? Wenn du das hier droppst, was passiert denn dann? Jetzt kann er das hier oben nicht droppen. Guck mal. Okay Jay. Kein Problem. Bring es runter. Das Fass ist, was du da trägst. Aber bring es runter. Bring es hier hin. Komm. Jay. Jay macht, was man ihnen sagt. Guckt es euch an. Und tschüss. Alles egal. Bleibt es halt da liegen. Das stört es mich auch nicht. Nächste Fass. Oh, sie hat ein paar Stockpipes weggemacht. Sehr gut. Wir machen... Warte mal einen Moment. Wir machen das mal nach hierhin breiter. Hallo. Es muss doch gehen. Ich würde das jetzt gerne noch erweitern. Das... Na, komm her. Nein, jetzt habe ich... Oh, Jay. Komm. Du musst weitermachen. Du musst hier... Du hast keine Pause machen. Du hast was zu tun. Was macht ihr jetzt da? Stau oder was? Oh, Mann. Dass sie das so einzeln hinlegen. Da ein, da ein, da ein. Oh, la, 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 la. Ich kümmere mich jetzt mal um Jay. Weil alleine macht er das ja nicht so, wie ich das will. Na, hallo Jay. Hallo Jay. Manchmal kann er es fallen lassen, manchmal nicht. Warum? Wissen wir nicht. Hallo? Ich habe doch hier fast eine Hand. So. Und er kann es nicht... Er kann es nicht wegschmeißen. Guck sie an. Das geht nicht. Warum? Wissen wir nicht. Geh mal da hin. Kann ich ganz da wegschmeißen. Was macht ihr drei da oben? Machen wir Pause? Oh, Mann, ey. Ach, vielleicht sind wir keine Steine mehr. Ah! Okay. Carina? Steine holen. Carina? Steine holen. Okay. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen erweitern hier. Damit wir noch genug Steine bekommen. So. Da hat sowas auf jeden Fall zu tun. So, Jay. Jay? Barrel. Lass fallen. Er hat so schön die Fässer weggeschmissen, ne? So schön. Vielleicht weil die untergraben waren. Er weiß jetzt nicht, was er damit machen soll. Vielleicht kann ich die irgendwo hier... Kann ich hier auch draufstellen? Kann. Was machst du denn mit dem Fass? Ich glaube das kann er nicht, weil's nicht loslag, sondern noch wirklich rumstand. Nein hab ich ihn kaputt gemacht damit. Na gut. Du, Lisa, komm mal runter. Ich würde es hier gerne noch erweitern, aber es geht wohl nicht. Okay. Tschüss.